Wer es gut mit Österreich meint, der kann am 26. Mai nur Harald Wilimsky und die FPÖ wählen. Ich kenne den Harald Wilimsky ja schon viele, viele Jahre. Wir waren gemeinsam Generalsekretärer der Freiheitlichen Partei. Und ich weiß, dass er ein echter rot-weiß-roter Patriot ist. Im besten Sinne dieses Wortes. Ich weiß, dass er auch einer ist, der sich den Mund nicht verbieten lässt und der den Mumm hat, sich mit den Mächtigen anzulegen. Und noch etwas ist ganz, ganz wichtig. Harald Wilimsky ist der einzige von allen EU-Kandidaten, der 1 zu 1 das freiheitliche Programm in Sachen strenger Asylpolitik und unseren Kampf gegen die falsche Toleranz vertritt. Das heißt, am 26. Mai gibt es nur einen Auftrag. Aufstehen für Österreich, Harald Wilimsky, FPÖ.